Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich will eine Frau sein. Ich weiß, dass ich dafür vieles hinter mir lassen muss. Das ist meine einzige Hoffnung auf ein eigenes Leben. Guten Abend. Wir kennen uns, Frau Anwältin. Bist du das? Manitas? Manitas ist tot. Ich bin Emilia Pérez. Was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Bring meine Kinder zurück zu mir nach Mexiko. Ich kann ohne sie nicht leben. Und du kennst diese Emilia Pérez. Das wäre sehr gefährlich für dich. Ich bereue so vieles. Ich will es wieder gut machen. Zum ersten Mal habe ich mich selbst geliebt. Sag mal, denkst du nicht manchmal an all das, was Manitas getan hat? Ich weiß nicht mehr, wer Manitas ist. Nein, ich habe deine Stimme nicht erkannt. Nur meine Stimme? Ich bin immer noch ein bisschen. Immer wieder. Ja, danke. Wie geht's dir? Wir sehen, wie wir uns. Ja. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht.